Wir haben es jetzt 0 Uhr 31. Dezember 0 Uhr Ich starte mit einem Vesuv Wow Geil Alte Meteoriten Die haben ja eine wahnsinnig ausgeprägt und noch Na ja, gut Chilispinner Oh, hier ging noch einer hoch Und beide zusammen Ja, die ist dafür eine Überraschung gut Eine Monschein Und zum Vergleich mal Hier diese Nico-Kräcker Matten Lady-Kräcker oder Ach, wie Quatsch Ach, das waren hier Oh, das habe ich jetzt verweckelt Oh, die andere geht auch an Oder? Bilde ich mir das nur ein Nee, die sind beide Die sind alle schon angegangen Komischerweise Ach, die Monschein hatte Kreckling Okay, das waren die Creepers Eine Diamant-Fontäne Oioioioi Oioioi Die Wunderwutzi und Laser im Vergleich Ich versuche das mal jetzt parallel zu zünden Mal sehen was passiert Und Nur eine Smarties fahrt, das andere sind Leuchtkugeln. Jawohl. Na aber die Wundermutzi hat auch gut durchgehalten. Die Laser ist mega laut in der vierten Phase. Okay, es gab einen scheiß Speicherkartenfehler. Ich muss das Problem irgendwie lösen. Die haben wir jetzt leider verpasst. Die war auch mega laut. Und ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Silvester. Ja und jetzt nochmal der Versuch. Ich wünsche euch trotzdem ein wunderschönes Silvester. Ich wünsche euch das. Ich wünsche euch das.